Ist die Heuchelei das Eingangsbeispiel. Die machen doch nicht, was sie sagen. Die stellen sich viel besser dar, als sie sind. Je mehr ein Unternehmen unter Druck steht, ehrlich und gut zu wirtschaften, desto stärker muss es heucheln. Warum? An Unternehmen werden unterschiedliche Anforderungen gestellt. Gute Produkte, profitabel, mitarbeiterfreundlich, nachhaltig und ressourceneffizient. Für andere Organisationen gilt das noch mehr. Kirchen sollen ihr Handeln an der jeweiligen Religion orientieren, müssen aber auch mindestens so viel Geld einnehmen, wie sie ausgeben, müssen Mitarbeiter bei der Stange halten und so weiter. Eine der Erkenntnisse aus dem Buch Der ganz formale Wahnsinn von Stefan Kühl. Mehr Erkenntnisse finden Sie in dem vollständigen Video. Der Link dazu ist in der Beschreibung.